hallo herzlich willkommen auf meinem kanal alle lieben meine zuschauer so das ist eigentlich meine erste video die auf deutsch gesprochen wird und eigentlich deutsch ist keine meine muttersprache aber ich versuche denn mit sehr klarer informationen und mit alles auf deutsch mit die richtigen wort zu sagen so jetzt auf dieser kurzen video was ich eigentlich sagen möchte ist dass unsere allianz ist jetzt die heiß allianz germany besuchen einfach so alle aktiven spiele besonders die allianz eroberung spielen und dann normalerweise wir spielen so aktiv und mit dem chill dass unsere rang erhochen so eigentlich was ja wichtig für für ihnen oder für euch ist dass sie muss uns einfach so sehr aktiv auf jeden tag am jeden tag spielen und dann das ist auch sehr gut wenn sie dann aus mit ebene 3 oder ebene 2 auf niveau 70 haben so ich lade eure einfach ein und wenn sie einfach so eine frage haben dann kannst können sie einfach uns schreiben und wir wollen einfach so informieren wie mit uns eigentlich teilzunehmen so herzlichen dank für eure zeit und ich kann einfach so sagen dass unsere allianz ist sehr sehr aktiv wir haben so viele aktive spieler jeden tag aber jetzt wir brauchen noch mehr spieler besonders die mit sehr guten charakter haben und besonders die wollen in allianz eroberung teilzunehmen so ich danke ihnen für eure zeit noch mehr alles pass auf dem spiel alles pass mit dem spiel und bei bei